Ein bisschen quäle ich euch noch mit meinem Bündchenmuster Fimmel, weil ich da jetzt eben gerade dabei bin, solche zu finden. Ein paar sehr nette habe ich noch gefunden. Hier haben wir eines, ich nenne das, wie soll ich es denn nennen? Das werden wir mal sehen. Das ist auch schon durchaus elastisch, also kann man auch als elastisches Bündchen verwenden. Ich zeige dir wieder, wie das funktioniert, wenn man es in Runden streckt und in Reihen natürlich. Und dieses, das kennt ihr vielleicht, das Zickzack-Rippchen, ich gebe es einmal ein bisschen näher, damit man da so die Struktur schön sieht. Auch ganz einfach, auch wenige Reihen. Wir fangen einmal mit dem zweiten an. Das sind Zickzack-Rippchen, nenne ich die. Schauen wir uns das Ganze auf der Rückseite an. Ja, auf der Rückseite unspektakulär. Das ist bei so einem Bündchenmuster ja auch egal. Das ist auch elastisch, nicht ganz so elastisch, wie diese Schlangen-Rippchen vielleicht. Die Lucy ist auch wieder da. Hallo Lucy. Und natürlich kannst du diese Rippchen, auch das, das ich gestern gezeigt habe, auch die Herzchen-Rippchen, beliebig kombinieren. Also du könntest auch so ein Rippchen kombinieren, daneben mit so einem Schlangen-Rippchen und mit diesen verschränkten Maschen, mit den Rippen aus verschränkten Maschen. Also da gibt es viele Kombinationsmöglichkeiten. Und es gibt natürlich nicht nur Bündchen als Abschluss von Ärmeln und Pullover-Teilen, sondern man kann natürlich auch einfach einen kunstvollen Abschluss machen. Also einen Lesabschluss, einen Zopfabschluss, also mit Zöpfchen oder mit Lochmuster. Da werde ich euch auch noch ein paar zeigen. Na schauen wir, vielleicht mache ich so eine Serie von 10 Rippchen bzw. Abschlüssen. Schauen wir mal, wie viel es werden. Ich habe da jetzt kein spezielles Ziel. Und du siehst, hier habe ich, damit es an den Seiten, damit ich es fotografieren kann, sich das nicht einrollt, habe ich immer zwei Maschen kraus rechts gestrickt am Anfang. Das heißt, Hinreihe und Rückreihe rechte Maschen. Dann rollen sich die Ränder nicht ein und ich kann es besser fotografieren. Wir beginnen also mit dem Zickzack-Rippchen und du benötigst eine Maschenzahl teilbar durch 3 plus eine Ausgleichsmasche und zwei Randmaschen. Oder 6 und eine Ausgleichsmasche und zwei Randmaschen. Du kannst ja diese Rippchen beliebig kombinieren. Du kannst auch mehr Maschen zwischen den Rippchen stricken. Du kannst zwei Rippchen nebeneinander stricken, die gegenläufig sind. Das zeige ich dir hier jetzt. Und da gibt es also viele Kombinationsmöglichkeiten. So, eine Rückreihe, die gehört noch nicht zum Muster. Das ist eine Randmasche, eine Masche rechts, zwei Maschen links, eine Masche rechts, zwei Maschen links, eine Masche rechts. So, und nun, es gibt nur zwei Muster rein, eine Randmasche, eine Masche links und die nächsten beiden Maschen werden verkreuzt. Das heißt, ich stricke einmal, ich mache das da ein bisschen näher, die zweite Masche rechts verschränkt ab. Das heißt, ich steche von hinten in die zweite Masche ein, stricke sie ab. Die Masche bleibt noch auf der Nadel. Nun brauche ich mir den Daumen, um diese zwei Maschen auseinanderzuhalten, wenn die so ein bisschen zusammenrutschen. Und die erste Masche rechts. Jetzt habe ich diese beiden Maschen verkreuzt. Und zwar nach links verkreuzt, wie man da, glaube ich, schön sieht. Eine Masche links, die nächsten zwei Maschen möchte ich nach rechts verkreuzen. Das heißt, ich hebe die zweite Masche ein bisschen an, stricke sie rechts ab, die bleibt noch auf der Nadel. Und jetzt stricke ich die erste Masche rechts ab. Diese zwei Maschen habe ich nun nach rechts verkreuzt. Eine Masche links und Randmasche. Die Rückreihe, die zweite Reihe, funktioniert dementsprechend. Eine Randmasche, eine Masche rechts. Jetzt kommen wieder die verkreuzen, jetzt wird in die Gegenrichtung verkreuzt. Und zwar stricke ich nun hier die zweite Masche links, zeigt es dann gleich noch einmal. Und die erste Masche links. Und zwar die linke Masche von hinten abstricken. Dann kommt eine Masche rechts. Und beim nächsten Mal möchte ich in die andere Richtung, da stricke ich die zweite Masche von vorne links ab. Und die erste Masche danach. Und der Daumen hilft mir immer, diese zwei Maschen auseinanderzuhalten. Und nun eine rechte Masche, eine Randmasche. Das war es auch schon. Das waren auch schon die zwei Musterreihen. Ich zeige es dir noch einmal langsam. Ja, das sieht man schon sehr schön, wie sich da diese Rippchen schlängeln. Randmasche. Also das ist schon die Wiederholung. Das heißt, es hat nur zwei Reihen. Randmasche, eine Masche links. Jetzt möchte ich, ich habe zuletzt nach rechts, gegen die Neigung nach rechts, jetzt möchte ich sie nach links haben. Das heißt, ich steche von hinten ein, die zweite Masche rechts abstricken. Jetzt möchte ich die Maschen ein bisschen auseinanderhalten, die erste Masche rechts abstricken. Jetzt neigt sich die nach links. Eine Masche links. Und bei der nächsten von vorne die erste Masche ein bisschen anheben. rechts abstricken. Rechts abstricken. Und die erste Masche rechts abstricken. Und eine Masche links. Und auf der Rückseite entsprechend, da soll sich das alles wieder in die Gegenrichtung neigen, eine Randmasche, eine Masche rechts. Die zweite Masche links. Das heißt, du nimmst den Arbeitsfaden vor die Nadel, stichst von hinten in die linke Masche ein. Du musst da jetzt die Nadel herumfädeln, um die Masche. Und die erste Masche links abstricken. Und eine Masche rechts. Beim zweiten Mal in die Gegenrichtung. Die zweite Masche von vorne oben links abstricken. Und die erste Masche danach links abstricken. Und eine Masche rechts. So. Das war auch schon der ganze Zauber. Das ist natürlich schon, ich finde das nicht so frimmelig. Das ist natürlich langsamer zu strecken, als du normalerweise rechts links strecken würdest. Aber ich finde, der hübsche Effekt ist das wert. Ich finde das so, als wäre das eine runde. Und zeig dir, was wir machen, ist einfach zopfen mit zwei Maschen ohne Hilfsnadeln. So, wenn ich möchte, dass sich das nach links neigt, muss ich zuerst die zweite Masche abstricken. Die stricke ich von hinten ab, lasse sie noch auf der Nadel und dann die erste Masche abstricken. Da mache ich sie in die Gegenrichtung. Das heißt, ich stricke von vorne die zweite Masche zuerst ab, hebe sie ein bisschen an, stricke sie ab. Und dann die erste Masche, eine links, eine Randmasche. Und die zweite Reihe, also ich mache jetzt, ich tue nur so, als wäre das eine runde. Lasse da hinten einen Spannfaden, damit ich dir das zeigen kann. Also, das wäre jetzt die zweite Runde. Eine Masche links. Jetzt soll es sich nach rechts neigen. Das heißt, ich stricke die zweite Masche von vorne oben. Zuerst ab, anheben, abstricken und danach die erste Masche. Eine Masche links und da soll es sich nach rechts neigen. Das heißt, ich stricke die zweite Masche zuerst von hinten ab, die erste Masche von vorne, ganz normal. Und eine Masche links. Das ist es auch schon erledigt. Und wenn du mehr davon strickst, so, da hast du deine Rippchen. Du kannst mehr zwischen Maschen arbeiten, also du kannst zwei linke, drei linke Maschen, wenn die Rippchen weiter auseinanderrücken sollen. Und du siehst, das ist auch ein elastisches Bündchen. Nicht so elastisch wie das Bündchen, das ich dir dann als im nächsten Video, im Sonntagsvideo zeige. Im Sonntagsvideo machen wir dann dieses. Das hat auch so Spiralen, allerdings mit Löchern. Es ist ein kleines Lesmuster, wenn man so möchte. Und das heutige Muster ist das Zick-Zack-Rippchen. Viel Freude damit! Das ist das Zick-Zack-Rippchen.